Willkommen zu dieser kurzen Einführung in die Auswertung eindeutiger Werte in einer Pivot-Tabelle in Microsoft Excel. In dieser Einführung konzentrieren wir uns speziell auf die Auswertung eindeutiger Werte. Das bedeutet, wir werden uns darauf fokussieren, wie wir einzelne und einmalige Elemente aus unseren Daten in der Pivot-Tabelle hervorheben. Und untersuchen können. Dazu habe ich uns ein Beispiel vorbereitet und zwar diese Produktpreisliste. Diese besteht aus einer Produktnummer in dieser Spalte und einem Namen sowie einer Beschreibung. Nun möchte ich auf Basis dieses Beispiels die eindeutige Bezeichnung bzw. den Namen aller dieser Produkte eindeutig mir auswerten lassen mit einer Pivot-Tabelle. Dazu werde ich nun hier im rechten Bereich eine Pivot-Tabelle einfügen. Ich selektiere hier auf Einfügen Pivot-Tabelle, gebe nun die entsprechende Tabelle an und werde nun mit Bestätigung diese mir anzeigen lassen. Wenn ich nun den Namen in die Zeilen gebe und den Namen hier als Wert, so sehen wir, wenn ich das etwas breiter mache, dass hier zwei jeweils gezielt werden. Sprich, in unserem Beispiel wird jetzt nicht der eindeutige Name gezielt, sondern die gesamte Anzahl. Wie kann ich das nun ändern? Ich habe hier auf den ersten Blick unter den Werteinstellungen keine andere Möglichkeit. Das kann ich aber ändern. Dazu lösche ich nochmal diese Pivot-Tabelle und füge diese neu ein. Ich gebe hier wieder unseren Datenbereich an. Jetzt ist es wichtig, hier diesen unteren Haken hinzufügen zum Datenmodell zu aktivieren. Und wenn ich nun den Namen in die Zeilen gebe und den Namen in das Wertfeld, so habe ich hier bei einem weiteren Klick auf die Werteinstellungen am unteren Ende eine eindeutige Anzahl als Funktion verfügbar. Ich bestätige diese und wie wir sehen, zählt nun die Pivot-Tabelle die eindeutigen Namen. Wie ihr seht, könnt ihr somit relativ einfach und schnell die eindeutigen Werte und Elemente aus einer Tabelle oder aus einer Liste ermitteln. An dieser Stelle bitte nicht vergessen, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.